Includes a Jurassic World Card. So langsam übertreiben sie es. So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe ein Bundle von Lost Caverns of Ixalan für euch vom lieben Lippler. Dieser gute Mann, bitte, 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 guckt mal in die Beschreibung. Der hat einen Card mal gejobbt, der hat einen super coolen Instagram. Läuft, glaube ich, auch aktuell immer noch ein Gewinnspiel drauf, weil bei dem Mann andauernd irgendwelche Gewinnspiele laufen. Ich könnte das in drei Jahren wieder hochladen, das wäre trotzdem wahr. Und deshalb sehr, sehr, sehr cooler Channel. Bitte, bitte, guckt da mal rein. Ist ein super lieber Dude und hilft mir, wie gesagt, sehr, sehr viel aus, was Produkte angeht. Sonst könnte ich mir das gar nicht leisten. Denn, ja, das ist ein bisschen schwierig. Apropos leisten, wenn ihr mich noch unterstützen wollt. Anders als irgendwie durch Produkte oder durch ein Like oder durch ein Abonnement, was ihr hoffentlich schon getan habt. Dann könnt ihr es auch bei Patreon machen. Das heißt, ihr könnt auch bei Patreon mir irgendwie eine monetäre Unterstützung geben. Im Dezember wird es ein bisschen was zu Gewinnen geben, beziehungsweise es geht nichts gewonnen oder verlost. Es ist kein Gewinnspiel, sondern jeder Patron bekommt halt irgendwie einen Booster, das ich öffne. Die Booster sind halt ein bisschen random. Ich weiß nicht, ob man es als Gewinnspiel sieht. Ich sehe es nicht als Gewinnspiel, ich sehe es als lustige Opportunity. Das heißt, jeder zahlende Patron, der Patron jetzt letzten oder vorletzten Monat die Gratis-Patrons eingelöst hat, jeder zahlende Patron bekommt ein Booster von mir. Irgendwann zwischen dem 1. und dem 24. um einen Adventskalender zu bekommen. Wir haben eine lustige Karte, Lost Covenants, Exalan. Wir brauchen eine Laterne, Gnome, Blowgun, Torch. Ja, und die Elefant-Dame oder Elefant-Dude? Ich weiß es nicht. Der Elefant, die Elefantin. Könnt ihr euch ausruhen. Wir haben eine normale Box, wir haben eine normale Inlay von der Box, hier mit den wunderschönen Pappsachen dabei. Wir haben einen grandios schönen Würfel. Der ist wirklich cool. Oh mein Gott, der ist wirklich cool. Der ist in so einem Pink. Und Leute, die mich kennen, wissen, ich mag Pink. Unsere Promo da drin ist Hit the Motherload. Ich hoffe, dass hier nicht auch die andere... Nee, die ist hier nicht. Hit the Motherload für drei Mana. Drei rote. Und vier Farblose. Discovern wir zehn. Und dann, wenn die Discover-Karte Mana-Value von zehn oder weniger hat, also weniger als zehn hat, so ist es richtig, kreieren wir Chokens in Höhe der Differenz. Gute Karte und, ich sehe sie schon, unsere Dino-Karte ist eine sehr, sehr gute Karte. Don't Move. Don't Move ist ein fünfmaler Source, wie gesagt, wir zerstören alle getappten Kreaturen und alle Kreaturen, die wieder getappt werden, bis wir da dran sind. Das ist ein guter Hit mit Don't Move. Vorher ist es so dunkel, weil da die Deckbox jetzt steht und das Licht von der Seite kommt. Ich hoffe ja, dass ich demnächst irgendwann mal ein neues Setup bekomme. Ich glaube noch nicht dran. Ich glaube leider wirklich noch nicht dran. So, wie immer, wenn wir mehrere Booster aufmachen, ich gucke so ein bisschen hier über die Kammes und Ankamm drüber, erzähle euch zum Beispiel, dass es ein hübsches, cooles Land ist und so weiter. Aber ich werde doch tatsächlich eher hingehen. Und das war Spyglass, als es ankam, sehr cool. Und werde da so ein bisschen durchgehen. Und werde, wenn dann was Cooles ist, euch zeigen. Oder wenn ich was Rare finde, wie hier zum Beispiel Savage Order. Vier Mana Sorcery als solche Kosten, ob wir eine Kreaturen mitgegeben, viel oder weniger, dann durchrufen wir uns da direkt eine andere Dinosaurier-Karte. Und sie kriegt ein Zerstörer und wir kriegen ein Spielfeld. Für jedes Dino-Commander sehr wichtig. Unsere Rare ist Throne of Grim-Captain. Zwei Mana tappen wir Millen, zwei Karten mit Kraft, mit einem Dino, einem Mehrvolk, einem Vampir und irgendwas anderem. Und dann haben wir einen 7-7 Menace, Trample, Lifeling, Hexproof, Skeleton, Spirit, Pirate. Der, wenn er angreift, jeder geht in einen permanent Opfer muss. Okay, okay. Dino-Maton und Copy. Wichtig, ich habe immer noch keine Ahnung, was hier ist. Eventually, we got to Dressel-Cotton, Dreadmore, MagicSeatLayer.com Ich verstehe es nicht. Wir machen weiter Booster auf. Das Set finde ich mega cool. Ich werde auch noch ein komplettes Set-Display öffnen. Sehr, sehr cool. Vielen Dank auch schon mal dafür. Ich hoffe, ihr guckt euch das auch an. Die Booster-Displays kommen doch ganz gut an. Das sieht da so ein bisschen dran, dass es bei mir im Channel nicht so häufig passiert. Ah, die viele Dinosaurier. Das ist halt Dinosaur, 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 Dinosaur. Sirenenpiratin. Okay. Okay. Immer wieder toll, wenn Leute anrufen in Videos. Und ich meine, Handy, den ich gemütet habe. Wir haben Vito. Ah, der ist richtig cool. Der macht irgendwie vier Männer, vier, vier Fliegen. Und wenn wir an das Permanente Opfer an, kriegen wir zwei Leben. Und wenn es das erste Mal passiert, dass wir diese zwei Leben bekommen. Ne, wenn es das zweite Mal ist, verlieren wir zwei Leben. Und kriegen dann beim dritten Mal ein 4-3 Vampir-Token mitfliegend. Wow. Geile Karte. Und ein lustiger Dinosaur. Und ein Mad Ratter. Ein Goblin. Und der Dinosaur ist so süß. Es ist ein Legendary Dinosaur. Das 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 ist ein Legendary Dinosaur. Aber noch kein Hit. Carbon of Souls. Carbon of Souls, mein Ziel. Müsste da schon so mindestens drin sein. Oh, die Plains. Ich finde die Länder so wunderschön. Ich finde sie wirklich cool. Hui, hier. Dauntless Dismantler. Sehr, sehr gute Karte. Mit alle Fakten kommen getappt. Das Spiel für zwei Weiße und X. Opfern wir den und verstören alle Mana-Kosten mit Mana-Value von X oder weniger. Dann haben wir diesen coolen Dude, den ich wirklich cool finde mit Discover 3. Dann haben wir Rent is a Reef. Das ist ein Land. Das kommt in Haupt des Spiels und wird zum 4-4 Black Shark. Und wenn der angreift, muss der vier milgen. Und wir haben noch einen. Okay. Und wenn er angreift, muss der Spieler vier Karten milgen. Hier haben wir das Grün-Weiße. Das wird zum 3-3 Lama. Und wir legen eine Kreatur und kriegen bloß eine Eins, dass er angreift. Und Wii. Das Kuzil Malmond Exemplar. Der ist sehr stark. 3-3-3. Der Gegner kann nur in seinem Zug casten. Und wenn ein oder mehr Kreatur mit Stärke höher als diese Kreatur angreifen, ist mir eine Karte. Oh, Junge. Das ist eine gute Karte. Das ist eine richtig gute Karte. Das sollte man am Schirm haben. Der Gegner. Keine Spells in einem eigenen Zug spielen. Ist schon stark. Man erinnert sich an Tefari. Tefari wird auch gespielt. Ohne Ende. Und ja. Das liegt einfach daran, dass es sehr gut ist. Komische Legendary. Es sind so viele Legendaries hier schon wieder drin. Die ist sogar was wert. Tithing Blade ist tatsächlich was wert. Weil ich glaube, sie ist Kamm. Oder eine Kamm? Habe ich hier nur Kammes drin gehabt? Ne. Das ist eine Kamm. Souls of the Lost. Zwei Mana. X. Schreikschicht. X plus 1. Und als Sürcher Kosten. Werfen Handkett ab. Oder Opfern mit Permanentes. Und die hat Stärken wie eine Chancegraf. Gleich der Anzahl an permanenten. Plus 1 bei der Verteidigung. In den Friedhöfen. Und dann haben wir noch eine wunderschöne Waterlock Slug. Die zu einem Ding wird. Das ist ganz cool. Also ich finde dieses Craft with Island. Finde ich ganz witzig. Und naja. Danach ist es halt ein Vehicle für 4 Mana. 4,4. Und ja. Es ist nicht schlecht. Das war jetzt nicht schlecht. Trotzdem immer noch kein Hit. Es ist generell sehr schwierig. Einen richtigen Hit in diesem Set zu bekommen. Was ich sehr schade finde. Weil eigentlich ist das Set sehr powerful. Es hat sehr, sehr, sehr viele mächtige und wunderschöne Karten in diesem Set. Aber irgendwie. Direflay. Das ist keine. Das ist eine Einwander-Ausrüstung, die plus 2 bis 0 gibt. Craft with Artefacts. Dann gibt es die plus 3 plus 0. Und man kann Artefakte opfern zum Werfen. Und Pirate Head. Das war auch nicht so gut. Ach ja. Komm schon. Ich mag Bundle ja. Weil Bundle immer so mit einem Hit meistens bezahlt sind. Und da finde ich es halt immer ganz nett. Oh, Abreid ist hier drin. Wusste ich gar nicht. Finde ich spannend. Viper. Ramping Ceratops. Replication Fundery. 2 Mana für Tappen für ein Weißes. Kriegen wir Mana nur aktiviert. Fähigkeiten mit anderen Fakten. Oder halt. Artefakt Zauber. Und für 3 Mana Tappen exilen wir andere Artefakte. Und wenn die. Wie war das? Und die kommen mit Mana für X oder weniger aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Okay. Okay. Wir können damit also Karten exilen. Und dann Artefakt aus dem Friedhof wiederbekommen. Okay. Nett. Aber auch kein Hit. Ihr merkt schon, ich bin heute ein bisschen ruhiger. Was einfach daran liegt, dass ich ein bisschen krank bin immer noch. Eternal Weekend hat mich umgehauen. Nicht nur, weil es mega cool war, sondern auch, weil es halt auch. Huh, da ist noch ein Katzul. Weil es mich krank gemacht hat. Starring Revenant. 4 Mana 4, 4. Wenn er in den Spielfeld kommt, zerwählen wir 2. Dann für jede Karte, die wir oben drauflegen, können wir eine Karte ziehen, um 3 Leben zu verlieren. Und 3 Leben verlieren. Das ist ganz cool. Weil im Endeffekt für 4 Mana 4, 4 verlieren wir 6 Leben und ziehen 2 Karten nach dem Zerwählen. Oder er hat halt auch noch mit Descendant 8. Das heißt, wenn wir 8 Permanente im Friedhof haben, sagt, immer wenn wir eine Karte ziehen, dann verliert die direkt dein Leben, wir kriegen dein Leben. Das ist schon sehr nice. Die Snail Treasure. Und jetzt wird es spannend. Jetzt wird es für mich richtig spannend. Haben wir schon. Haben wir schon. Carbon of Souls. Hit Forest. Sehr hübsch. Hit, hit, hit. Die ist auch sehr cool. Bartholomee del Presidio. Vampir Night. Uh, da ist eine Kutzel in Alternate Art. Ui, die ist hübsch. Ha, die ist leider hübsch. Schlimm. Hacker Back. Ne, Hacker Ball. Hack Ball. Of the Swering Soul. 4 Mana 3, 3 zumindest. Combats wird jede Kreatur, die ein Mehrfolg ist, explored. Das ist stark. War das eine Menge? Was? Jede Mehrfolg explored? What the fuck? Park. Und wenn er angreift, legen wir eine Landkarte von der Hand. Oh, muss das Bier fällt. Das ist, glaube ich, der Commander. Malcolm. Alumni Skuldron. 202 Flash fliegend. Wenn er dem Spieler Schaden zufügt, machen wir einen Chorus-Counter auf den. Und ziehen eine Karte und werfen eine Karte ab. Wenn er vier oder mehr Chorus-Counter auf Malcolm sind, kann man die Discardeten Kartenkasten ohne die Mandekaste bezahlen. Also, wenn man die Discardet. Ui. Ui, das ist gut. Und Magmatic Gallon. Das heißt, wir haben hier eine mega gute Karte. Eine Mythic, eine Rare und eine Voll-Rare. 5 Mana 5,5. Wenn das Spiel verkommt, macht sie fünf Schaden an einer Kreatur, die ihr Gehtner kontrolliert. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen Excess-Schaden machen, kreieren wir einen Treasure. Crew 2. Das ist eine sehr gute Karte eigentlich. Und ungenommend Token. Ja, ich habe keine Ahnung, ob es das bezahlt hat. Aber es war ein cooles Bundle. Vielen Dank fürs Bereitstellen. Ich hoffe, ihr habt es mit mir durchgehalten. Wie gesagt, ich bin aktuell ein bisschen krank. Ich bin ein bisschen langsam. Ich bin ein bisschen ruhiger wie sonst. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Nochmal vielen Dank an den guten Lipplub. Schaut bei dem guten Lipplub vorbei. Ansonsten, wenn ihr mich irgendwie unterstützen wollt, Daumen nach oben abonnieren oder bei Patreon vorbeischauen. Und ja, wir sind es beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blexit. Ciao, ciao.